hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play minecraft so das haben wir jetzt hier jetzt müssen wir da weiter das alles abkasten können wir jetzt wieder ein bisschen längeres oder besser langweilig ist weil wir das einfach alles ein bisschen abkasten müssen und somit das alles nicht geht ja das war jetzt sprung und so müssen wir jetzt oben wieder alles aufmachen und aufreißen und haben wir hier steinchen das schmeißen wir so rein nehmen wir mal wieder diese spitzhocke da können wir die wieder auf brauchen das nächste mal wieder gehen so nächste schicht wird abgetragen und da ziehen wir wieder eisenjunge so das schmeißen wir hier gleich eine fackel hin und da bauen wir alles hier ab und das sieht doch mal gut aus sind wir auch hier bald schon durch und da können wir an der monsterfalle das glas ein bisschen erweitern und müssen wir auch noch das wasser holen so eigentlich nur noch diese blöcke da haben wir eigentlich kommen das stellen wir wieder friedlich da können wir wieder gemütlich hier das alles abkratzen so 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 da noch und da sind wir auch schon durch mit der halben hälfte davon einem so dann springten wir mal rüber und das epische die epische musik so so jetzt nehmen wir wieder diese spitzhocke hier so und das müssen wir eigentlich so müssen wir hier 1,2,3,4,5,6,7,7, die zwei aber so so jetzt haben wir ein kleines problemchen wie tief haben wir das alles denn jetzt auf dieser höhe jetzt auf dieser höhe aber zwei runter kacke am dampfen dann haben wir noch sand sand haben wir aber den kies den können wir einfach runterschmeißen und dann kommt er wieder so so ähm so war das eigentlich gedacht jetzt da wieder 1,2,3,3,3 und dann ist fertig hier dann kommen wir hier in die röhle rein aber das sind ja auch nur 1,2,3,4,5,6,7,8 kommt das nur das zeug hier mal aus 2,3,4,5,6 so das alles raus und kommt das schmeißen wir hier das weg hier klatschen hier eine fackel rein damit ihr auch etwas sieht und das wasser da rein ok jetzt fließt das alles ungewollt ähm wo ach das ist grad gut das können wir so lassen und jetzt müssen wir das 2 hoch mal ansatz noch da rein und dann alles zu so die richtige spitzhacke dann ist alles gut und 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 so so und das einfach alles kommt ja jetzt ist ein bisschen kacke gelaufen so das alles zu das muss ja offen sein ich glaube ich bin richtig so ja richtig 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 geraten und so da wird alles abgekackt abgekackt und abgeschliffen ist alles so weit rein bis die das bis das wasser reicht jetzt möchte ich doch noch einmal testen weil da bin ich mir nicht so sicher das wasser wirklich nur bis dahin kommt jetzt haben wir ja die zwei rillen da hier gemacht unten so zwei und noch dritten und das ist so korrekt so und hier könnten eigentlich alles noch rein schmeißen weil das müssen wir jetzt alles zwei hoch haben schmeißen wir das hier hin und das geht wirklich nur bis dahin ist gut das ist gut so nö das war jetzt nicht mein plan so springen wir mal hier rüber zack und schon sind wir hier und das muss alles weg 3 und 4 5 6 7 ja jetzt ist ein bisschen zu wenig aber das reicht uns ja so jetzt geht es weiter junge 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 menschen ja auch noch abhauen und da haben wir noch das ist doch mal gut so jetzt haben wir da die linie das muss alles zu sonst ist hier zu viel licht und dann spawnen die monster nicht zu schmeiß das alles mal hier rein und jetzt müssen wir leider nehme ich das leider das alles hier abtragen damit die dann auch zu potte kommen weil wir haben jetzt da auch so ein ecken gemacht da müssen wir eigentlich alles noch rein das kommt dann alles noch aber jetzt müssen wir hier rein oder dass wir jetzt schon gemacht haben und jetzt können eigentlich so messen müssen wir uns irgendwann einmal treffen in der mitte und das wird dann alles ausgehöhlt sozusagen kommt man hier ein bisschen rein drehen wir um und machen mal auf der anderen seite da weiter ja da ist jetzt guten klang und schauen wir mal wie weit das alles hier hinein reicht und wir sehen wir haben gutes auge so der ganze block hier kommt jetzt weg aber alles noch eins höher und da oben und das da auch so leider leider das muss alles weichen hier die unsere monster falle oder den häxler oder wie man das alles auch nennen kann weil das ist eigentlich kein richtiger häxler dann die fallen die monster einfach etwa 30 40 blöcke runter und dann sind sie auch schon von alleine tot so kann man das auch beschreiben so und alles weg 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 und das auch noch da können wir hier schon richtig zu potte mit den steinchen können wir wir müssen eigentlich noch ein bisschen kisten für die steine hier anfertigen aber so wir sind ziemlich voll aber wir müssen ja hier auch noch steinchen reinschmeißen das kommen wir jetzt zu potte würde ich mal sagen richtig zu machen hier und cela und zack 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 und zack 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 so wird da noch auch noch zu das müsste jetzt alles zu sein und dann können wir auch schon starten Mensch Junge das wäre natürlich toll hier wenn das dann fertig wäre so da können wir jetzt alles abtragen tragen 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 und wir haben jetzt eine schöne Basic geschaffen hier jetzt haben wir mal so ein Endprodukt jetzt müssen wir hier irgendwo noch ein ewiges Wasser installieren denn wir wollen ja nicht ewig da rauf und runter klettern so da können wir hier da habe ich noch etwas entdeckt das muss natürlich zu weil sonst kommen die Monster oder nach oben spawnen die am falschen Ort sonst so da tappen wir jetzt so einer ist hier mal fertig dann haben wir hier nicht fertig gemacht Mensch oh okay das ist noch einmal tiefer ne ist ein Spitzack gekommen oh okay da lala so das ist hier noch gut da können wir alles müssen wir eigentlich alles so hoch machen 1,2,3,4 5,6,7 und das hier was jetzt haben wir alles hier 2 nach unten also das heißt jetzt noch einen und das ist hier alles schon gut da würde ich mal sagen das alles wieder abtragen 7 nach hinten und dann ist es gut so mal die Shift-Taste gedreht hat damit man hier nicht runterfällen fällen ja fallen kommt man hier auch schon die so alles mal hier schön abtragen obwohl es nicht so viel bringt da drüben aber wir müssen ja leider dann auch Mensch jetzt kommt die Kacke hier wieder runter Mensch das wird mir jetzt ein bisschen doof hier alles rauszugraben so ach da hat sich die Arbeit ja richtig gelohnt den Kies den können wir eigentlich so vergessen weil der fällt jetzt ein bisschen runter so Kies können wir noch aufnehmen aber den Rest ist jetzt ziemlich ne noch hier 30 und dann ist man voll da müssen wir nach unten ne nach oben gehen nicht nach unten so 2 3 4 5 6 7 und das fallen wir auch schon in ein Loch äh die Fakulis hier ein bisschen Kacke 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 die Hühner Kacke ne da haben wir eins zu wenig weit hinein kommt so dann müssen wir leider das Lichtchen wieder ausmachen schmeißen wir das wieder an und schauen mal so das sieht schon gut aus jetzt können wir hier das alles abtragen dann schleichen wir uns so ganz langsam an alles trocken gelegt und jetzt müssen wir hier 3 hoch so ja 3 hoch und jetzt geht es weiter 3 2 1 ne das war die falsche Richtung 2 1 2 3 1 1 1 und das Eisenspitze ist ein Marsch hätte ich doch nicht schon wir haben doch eine Werkbank oben da können wir uns gleich eine Schaufel draus basteln so eine Eisenschaufel und wo sind wir denn ach 2 und ein Eisenbarn da gibt es eine Schaufel und hier können wir das Eisen reinschmeißen so wo ist denn da die Kacke da ist die Kacke 2 3 2 3 2 2 3 2 3 so und hier müssen wir wieder mit der Eisenspitze hier das alles abtragen und dann können wir hinten an die Erde rangehen die geht da so schön weich weg so fluffig tuffig Mensch wir haben immer noch Platz das ist jetzt macht mir ein bisschen Angst wir haben irgendwie unendlich Platz obwohl wir nach meiner Theorie hier schon längstens voll sein müssten so tralalalala tralalalala und jetzt haben wir oben wieder ein Loch offen Mensch so alles abtragen junge 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 und mit der Eisenspitze hier dort alles noch abtragen tragen 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 und tragen so jetzt können wir mal vor der anderen Seite kommen ach da haben wir ja noch nicht fertig gemacht oder besser gesagt noch gar nicht angefangen so jetzt müssen wir das gleich treffen ach nö die Kacke ist ein Dampfen ja die Kacke ist wirklich am Dampfen Mensch da zockt einmal einer arbeiten kann ich nicht mehr rennen oder doch doch da geht noch so das hier abtragen und das wieder nicht runterfliegen können wir auch so die Eisenspitze schön nehmen und das alles abtragen wie gewohnt dann hätten wir irgendwann dann die erste Etage dann müssten wir nur noch Wasser holen aber ich habe ja Wasser gesehen und wir könnten hier schön in der Mitte hier mal ein Wasser dahin tun habe ich jetzt da Wasser entdeckt? ne aber da hinten ist Wasser da wir haben Kies ach jetzt können wir uns so abseilen ne das geht noch weiter runter aber hier haben wir das ist ja tolli ach da geht von da lang und da unten ist Lava Mensch und von wo sind wir jetzt gekommen? irgendwo von ne von hier nicht aber irgendwo hier müssten wir ja lang kommen ne auch nicht hier sieht es schon irgendwie besser aus das können wir mal sehen was wir hier sollen haben ach nö jetzt sind wir irgendwo anders aber das sieht man hier schon ja wir sind auch wieder am gleichen Ort und das schmeißen wir das Wasser auch gleich hin nein und jetzt nehmen wir eins so frech wie wir sind schmeißen wir einmal die Wasser alle hin und das fließen alle da rein das ist doch mal cool so schön immer einer nach dem anderen und der andere kommt da hinein so da haben wir noch nicht aber hier entlang geht das tralala ja die Musik die epische Musik so so jetzt haben wir eigentlich hier haben wir da haben wir noch nicht das ist so und der Ecken noch und das fließt alles schön nach vorne und wenn die Monster so hinein fallen dann fliegen sie runter wie ich jetzt gerade so das wäre jetzt schon geschafft die Grundlage hier jetzt müssen wir einfach noch hier ein bisschen rein buddeln ein bisschen viel wir sollten uns jetzt eigentlich schon mal und auf der anderen Seite sehen weil wir haben ja damit Erde reingegraben und wenn wir uns nicht sehen dann sind wir einfach zu weit oder von der anderen Seite sind wir zu wenig weit hineingegraben das kann natürlich auch sein so Kohle ist auch immer gut ich glaube wir sind ein bisschen zu weit ach wir sind voll ne das wollte ich auch nicht ja das war der der richtige der richtige Riecher ja wir waren einfach hier ein bisschen zu wenig nicht und hier sehen wir uns die Sting können wir lassen und die Kohle den Kies und die Kohle Holz haben wir jetzt nicht dabei das ist ein bisschen kacke 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 und jetzt legen wir uns hier mal ne Truhe oder gehen einfach mal oben und machen da die Truhe fertig so komm wir gehen mal hoch und schmeißen das alles in unsere Kisten und dann sag ich auch tschüss dann gehen wir auf den Sack so der kann ja der kann sprinten hier und das ist auch gut und das schmeißen wir alles mal rein und dann würde ich sagen ciao ciao bis zum nächsten mal